Tricks und Trips Hallo! Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hatte euch schon erzählt, dass ich bei Seda einige Tricks angewendet habe zum Thema Make-up. Und wir haben uns mit derselben Schminke geschminkt. Sie sah am Ende komplett anders aus als ich. Und sie meinte, Ebru, was machst du anders? Und das möchte ich euch heute zeigen. Das sind nur so ganz einfache Tricks, die ich euch jetzt zeige. Und ich würde sagen, lasst uns direkt starten. Punkt Nummer 1, super wichtig. Leute, bevor ihr überhaupt anfangt, es ist super, super wichtig, dass euer Gesicht gut hydriert ist. Und auch eure Augenpartie, wenn ihr zum Beispiel wie bei mir super trockene Augenpartie habt. Seda hat zum Beispiel nie eine Feuchtigkeitscreme oder auch unter ihren Augen nie ein Augenserum verwendet. Da könnt ihr, wenn ihr zum Beispiel super auf Naturkiss-Kosmetik steht, das benutze ich auch sehr gerne hier in der Firma, das ist auch schon halb leer. Das ist von Rosens, die Supreme Hydration. Und das ist fürs Auge, das ist auch so ein Serum. Das könnt ihr dann auch hier ganz leicht. Und damit solltet ihr starten. Ich mache das immer so. Ich wasche mein Gesicht morgens. Dann packe ich die Feuchtigkeitscreme drauf. Dann meinen Sonnenschutz. Und dann ziehe ich mich erst um. Warum? Weil das hat dann auch 10 Minuten Zeit, ein bisschen einzuwirken. Und dann starte ich erst mit dem Make-up. Also lasst eure Feuchtigkeitscreme auch Zeit einzuwirken. Jetzt kommen wir zum interessanten Teil. Am Cedar hat nie eine Make-up-Base benutzt. Muss man im Grunde auch nicht. Aber ich finde, das Make-up hält einfach schöner. Und das Make-up sitzt einfach schöner. Und da habe ich das hier, Leute, von Nymia, von Niki Tutorials. Leute, ich liebe das. Das hinterlässt so einen schönen Glow unter dem Make-up. Weißt du was, ich bestelle mir jetzt nochmal zwei nach. Ich habe nämlich gerade gesehen, auch ihre Lipglosse sind da. Und da habe ich mir direkt zwei Stück bei Douglas eingepackt. Also wenn ich etwas liebe, dann stocke ich das direkt auf, weil ich immer Angst habe, dass ich das dann nicht mehr erhalten kann. Und schaut mal, was diese Creme macht. Da solltet ihr auch darauf achten, es gibt Bases, die auf Silikonbasis sind. Und es gibt Bases, die halt auf Wasserbasis zum Beispiel sind. Da sollte euer Make-up zum Beispiel auch mit der Base dann zusammenpassen. Das heißt, ihr braucht dann auch zum Beispiel Make-up, was dann auch Silikonbasis entstanden ist. Versteht ihr, was ich meine? Und diese Creme, ich könnte mich reinsetzen. Ich weiß nicht, wonach. Das spricht nach Vanille. Also es ist einfach ein schönes Gefühl auf der Haut. Und das trage ich immer auf. So, dann lasst uns das nochmal machen. Und übrigens auch die Augenpartie. Und dem geben wir auch eine Minute Zeit einzuwirken, ja? Next! Ich glaube, Seda hatte ihren Schwamm nicht angefeuchtet. Sie hat mit einem trockenen Schwamm, geht natürlich nicht, Leute. Ihr braucht natürlich etwas, womit ihr arbeiten könnt. Und da presse ich den aus, richtig. Also ich mache den voll nass, presse ich aus und dann mache ich das mit dem Handtuch trocken. Also es sollte nur wirklich so gefühlt ein bisschen nass sein. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr übrigens auch noch ein Setting-Spray draufsprühen. Das ist hier von Rosens, das mit Hyaluron. Das liebe ich auch einfach so zwischendurch mal zu sprühen. Und dass ihr einen schön angefeuchteten Schwamm habt. Jetzt kommen wir zum Make-up, ja? Mit einem trockenen Schwamm funktioniert das natürlich nicht. Was ich mache ist, ich schüttel die Foundation richtig schön. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Ich trage das direkt mit den Händen auf, Leute. Weil dann habe ich das Gefühl, ich arbeite es richtig ein. Warte, ich zeige es euch einmal. Das heißt, die Augenpartie lasse ich aus, weil da kommt ja nochmal Concealer drauf. Und ihr sagt jetzt wahrscheinlich, was ist das denn, was sind das für Techniken? Ja, ihr werdet aber merken, dass das tatsächlich dann besser in der Haut eingearbeitet wird, als wenn ihr das nicht macht. Den Rest, den ihr auf dem Finger habt, einfach hier abstreift. Ich glaube, ich bin euch jetzt auch ein bisschen näher gekommen. Und dann, damit das nicht super schnell austrocknet, und wenn ihr das noch einarbeiten könnt, könnt ihr wieder ein Spray nehmen. Dann befeuchtet ihr das kurz. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr in der Zwischenzeit auch Concealer schon auftragen. Das mache ich aber nicht. Ich arbeite erst mal Make-up ein. Und dann klopfende Bewegungen. Mehr mache ich da auch gar nicht. Und wenn ihr hier zum Beispiel vergrößerte Poren habt, könnt ihr optional vorher so ein Poreblur, irgendwas nehmen, womit ihr das ja ein bisschen abdichten könnt. Aber ich mache das nicht, weil ich das mit meinem Puder dann nachher mache. So, die Augenpartie habe ich jetzt ausgelassen. Warum? Ich habe zum Beispiel eine sehr trockene Augenpartie. Ihr könnt übrigens das Make-up auch schichten. Also das heißt, das ist jetzt die erste Schicht. Wenn ihr sagt, ich brauche hier noch ein bisschen, dann könnt ihr hier noch ein bisschen einfach mehr machen. Und dann auch einarbeiten. Das ist übrigens die Le Beige von Chanel in der Farbe BD31. Ich glaube, die passt so ganz gut eigentlich. Ich mache auch noch mal ein bisschen hier immer über die Augenleder. Seht ihr den Unterschied, wenn ich das Augenlid nicht abdecke? Wie wenn ihr zum Beispiel ein nudiges Make-up tragen wollt oder einfach kein Lidschatten verwenden wollt? Guckt mal. Das heißt, geht auch noch mal über das Augenlid drüber. Wenn ihr euer Make-up aufgetragen habt, bitte nicht sofort mit Puder drüber. Das wäre jetzt mein nächster Tipp. Und zwar, lasst euer Make-up ein, zwei Minütchen Zeit so richtig einzuarbeiten und auch ein bisschen zu trocknen. So, dann gehen wir zum Concealer über. Bei mir ist das so, ich habe Augenfältchen, ich habe auch trockene Augenlider. Und da ist bei mir weniger ist mehr. Und ich arbeite meinen Concealer mit einem Pinsel ein. Und da mache ich das meistens so. Okay, das ist jetzt kein Concealer, den ich jetzt verwenden würde, weil es glaube ich auch ein bisschen zu hell für mich. Das ist dabei bei Under Eye von It Cosmetics. Der Trick ist eigentlich nicht jetzt der Concealer allgemein. Also der wird mir wahrscheinlich auch nicht so gut passen. Und zwar nehme ich hier ein bisschen Concealer. Und mein Trick, damit es hier auch nicht crease unterm Auge, ist das Ganze mit einer Lidschatten-Base zu vermischen. Das heißt, ich nehme hier ein bisschen Lidschatten-Base. Ich habe zu Hause eine Palette, aber hier habe ich jetzt keine, deswegen. Ja. Und dann mischen wir das Ganze einmal. Boah, die Creme, also dieser Concealer ist so dick. Schaut mal, wie dick der ist. Also das ist jetzt auch gar nichts für mich. Aber da müssen wir jetzt ausnahmsweise das einmal nehmen. Und dann trage ich den im Pinsel übrigens auf. Warum? Ich habe erstens mit einem Pinsel eine bessere Kontrolle. Und dieses Dreieck oder hier und dann hier nochmal Concealer. Ich, also für mich ist es persönlich zu viel. Deswegen bei mir weniger mehr. Und diese Technik habe ich dann auch bei Cedar angewandt. Und sie war so, wow, wie geil. Ja. Also auch wenig Produkt kann schon viel helfen. Und je weniger ihr habt, umso weniger kann es natürlich creasen. Ja. Das heißt, das Produkt ist schon sehr dick, ne. Und dann können wir das schön einarbeiten. Auch hier in diesem Innenwinkel und hier ein bisschen nach außen. Und ihr seht jetzt wahrscheinlich schon den heftigen Unterschied. Und da gebt bitte auch den Concealer ein bisschen Zeit. Oh, dieses scheiß Haar hier. Wartet mal. So, haben wir es? Ja. Also schaut hier Concealer. Und da brauche ich jetzt eigentlich auch nicht mehr drüber pudern, pudern, weil hier auch ja schon die Lidschatten Base mit eingearbeitet wurde. Das heißt, wenn ihr Augen habt, so wie ich, wo das richtig schön faltig ist. Ich meine, ich bin ja jetzt auch schon sechs Jahre alt. Dann ist weniger Puder mehr. Also falls ihr da Puder verwendet, ich liebe das Puder von Huda Beauty. Ich habe mir jetzt auch nochmal einen in den Douglas Warenkorb gepackt. Das ist hier Pound Cake. Ich liebe es. Das ist meine erste Buddel. Ach, ja. Aber da, falls wir jetzt hier ein bisschen abpudern, auch mit einem Pinsel und so wenig. Und dann, bitte könnt ihr hier auch machen, aber ich verteile das erstmal hier. Und das, was dann hier über ist, packe ich hier rauf. Versteht ihr? Also weniger ist mehr. Ich mache eben das andere Auge fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. Oh, das macht doch dieser Pinsel eigentlich gar nicht. Seht ihr das? Ja. Okay, dann gehen wir weiter Richtung Puder. Cedar hat, glaube ich, kein Puder verwendet, falls ich mich nicht täusche. Das geht natürlich nicht. Es sei denn, ihr möchtet das so cremig belassen, dann könnt ihr das so belassen. Aber ich puder mit dem Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish up. Und zwar mache ich das dann auch mit diesem Pinsel. Das ist tatsächlich wie so ein Filter auf der Haut. Und ich benutze auch nicht mehr so viel Puder wie vorher. Aber schaut mal den Unterschied. Auch wieder hier. Entweder mit einem Pinsel. Oder ihr könnt diese Schwämme hierfür benutzen. Dann auch wieder hier mit dem Schwamm aufnehmen. Weniger ist mehr, Leute. Und dann. Wow. You're crazy girl. Es ist schwierig, ein Produkt wie das jetzt hier zu verteilen, wenn ihr kein Puder drauf gemacht habt. Versteht ihr das? Und es sedert dann immer verteilt, verteilt, verteilt. Und es war super fleckig. Und es sedert. Ohne Puder wird das auch nicht. Das heißt, Puder hier ein bisschen ab. Da mache ich nämlich auch nicht so viel. Ich habe hier einfach den Ebelin Pinsel. Die sollten auch mal wieder gereinigt werden. Und da gehe ich in meinen Pound Cake rein von Huda Beauty. Wieder. Also es sollte nur so wenig wie möglich sein. Ein Hauch von nichts sozusagen. Einfach nur, dass euer Puder gleich ein bisschen besser verteilt werden kann. Und damit ihr euch ein bisschen diesen Glanz aus dem Gesicht nehmt. Ich glänze immer super, super gerne. Daher. Ja. Kommen wir zum Rouge oder zum Bronzer über. So. Cedar, wenn euer Make-up nicht richtig gesettet wird und ihr mit einem Puderpinsel, das wäre jetzt mein nächster Trick, so macht. Dann ist die Gefahr super, super groß, dass ihr euer Make-up hin und her schiebt sozusagen. Um das zu vermeiden, empfehle ich euch erstmal, arbeitet mit der Spitze des Pinsels. Mit einer ganz leichten Hand. Das heißt, nicht hier vorne am Pinsel greifen und wie eine wilde, sondern am Ende des Pinsels. Dann habt ihr einfach mehr Kontrolle. Und dann tap, tap, tap. Ja. Also nicht hin und her wischen, sondern tapben. Ihr könnt das Ganze dann auch ein bisschen aufbauen. Aber wir wollen unser Make-up nicht ruinieren. Und deswegen empfehle ich euch diese Tap-Bewegung, weil es ist dann einfach einfacher und sieht dann wahrscheinlich auch schöner verblendet aus, wenn ihr das in diesen Tap-Bewegungen macht. Und falls ihr eben gerade aufgepasst habt, mit dem Puderpinsel habe ich genau dasselbe gemacht. Das heißt, es gilt nämlich nur für den Bronzer und für den Rouge. Auch da habe ich getappt. Und nicht... Das machen wir nochmal weiter. Ihr könnt natürlich auch leichte, runde Bewegungen machen, aber da solltet ihr einfach darauf achten, dass euer Make-up schon getrocknet ist. Dasselbe gilt natürlich auch für hier oben und für die anderen. All die anderen Bereiche, die ihr im Gesicht sozusagen habt. Trick. Noch ein kleiner Trick. Wenn ihr hier konturiert mit einer Bronzerpuder, dann habt ihr hier entsteht so ein kleines Dreieck. Und dann sieht das alles ein bisschen slimmer aus. Genau. So, mache ich super gerne. Dasselbe gilt natürlich auch für euer Rouge. Ich mache das immer so, dass ich genau dieselbe Technik wieder anwende. Und dann... Ich arbeite momentan hier ein bisschen über dem Wangenknochen. Und auch hier tap, tap, tap. Und wenn ihr das Ganze jetzt noch ein bisschen eingeblendet haben wollt, dann könnt ihr euren Puderpinsel von vorhin noch benutzen und das alles ineinander sozusagen einblenden. So, jetzt habe ich noch einen kleinen Tipp für euch. Dann hat es ihr da so ein bisschen das Problem mit ihrer Nasenkontur. Und ich habe zu ihr gesagt, macht doch es einfach mit den Fingern. Da habe ich hier das Cotton Powder von Mischa. Cottonkontur. Ja, und da mache ich es einfach mit den Fingern, Leute. Das heißt, ich gehe mit den Fingern rein. Damit geht es am besten. Schaut. Mehr braucht ihr da nicht. Also das ist super easy. Ihr könnt das auch so machen, dass ihr zwei Finger nehmt. Und dann so. Da habt ihr einfach die beste Kontrolle und es wird immer symmetrisch sozusagen. Dann nehme ich noch hier ein bisschen unter die Nase. Und dann mache ich ein bisschen Highlight. Babys, kommen wir zu den Augen. Was ich noch sagen wollte, wenn ihr eine Foundation habt, die Foundation sollte natürlich euren Ton anpassen. Ich glaube, die passt jetzt so ganz gut. Aber falls ihr das Problem habt, ah, die ist zu hell, ah, die ist zu dunkel, dann gibt es übrigens auch von Got2b diese Oh My Tan oder Oh My Light. Sachen, womit man die Foundation entweder dunkler oder heller machen kann. Das wäre jetzt auch nochmal ein Tipp. Ich habe meine Augenbrauen gemacht. Es ist kein Muss. Es ist auch nicht meine erste Wahl jetzt in Augenbrauenprodukten. Aber im Gesamtbild, finde ich, sieht es immer schöner aus, wenn die Augenbrauen gekämmt sind. Und dafür nehme ich das von Got2b und käme das hier einmal rüber. So, dass das einfach alles ebenmäßig aussieht. Sieht man da einen Unterschied? Ich denke schon. Und auch bei dem Got2b, Leute, weniger ist mehr. Die Erfahrung habe ich definitiv gemacht. So, wenn ihr eure Augen zum Strahlen bringen möchtet, könnt ihr übrigens auch noch so einen hellen Kajalstift benutzen. Weil ich benutze immer weniger. Ja, je älter ich werde, habe ich das Gefühl, umso weniger benutze ich. Aber gleich kommen wir zu den Lippen. Jetzt machen wir nochmal die Augen. Da habe ich ein ganz spezielles Produkt und das Produkt liebe ich auch über alles. Das ist von Labelda, die Lash-Designer von Deloria. Genau, und ich merke gerade einfach, dass meine Wimpernzange von ihr auch schon ein bisschen dreckig ist. Also die müsste ich jetzt auch mal ein bisschen säubern. Die funktioniert einfach sehr gut. Also für den Look, die Wimpernzange ist einfach auch sehr gut. Die benutze ich jetzt. Also ich habe das Gefühl, diese Wimperntusche funktioniert nur mit ihrer eigenen Wimpernzange. Ich habe auch andere Wimpernzange, aber irgendwie sind die nicht so wie die. So, und da hat sie natürlich auch wieder eine Tuschregel. Dafür solltet ihr einfach mal bei ihr auf Instagram vorbeischauen. Sie hält das ja nur ganz leicht so. Das ist ein Tusch. Ja. Ich liebe diese Inner Corner Highlights. Das waren jetzt drei Tusches. Also so sieht die Wimperntusche dann aus. Ich liebe sie. Ich habe auch noch einen, glaube ich, Backup. Und wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr dann halt die Wimpernzange hier nochmal kurz ranhalten, dass das dann auch so nach oben hin trocknet. Ich mache nur eine Schicht, also diese Schicht und dann reicht es bei mir. Sie neigt ein bisschen zum Klumpen, wenn ihr zu viel oder wenn ihr auf diese normalerweise tuscht. Und da gibt es halt noch so ein Tool, das heißt, ihr könnt damit eure Wimpern sozusagen kämmen. Also nur damit ihr Bescheid wisst, das ist übrigens von Catrice. Ich mache eben das andere Auge fertig und dann gehen wir zu den Lippen wieder. Ich habe am Auge ein bisschen geschlampt, sorry. Aber so sieht das dann aus, wenn ich so in der Regel dann fertig bin. Cedar hat nie, nie, nie einen Lip Liner benutzt. Mein Lieblings ist Nana Naked. Er ist schon wieder weg, weil ich den so oft benutze und ich weiß immer nicht, wo ich den dann hin tue. Aber der ist irgendwie auch nicht erhältlich. Also ich möchte den gerne bestellen, aber irgendwie ist der Nana Naked. Bei Nana Lip Liner ist irgendwie nicht mehr da. Warum? Jetzt habe ich hier Prosecco Ready. Benutzt einen Lip Liner, Leute, das sieht einfach schöner und definierter. Definierter sehen dann eure Lippen aus. Und da könnt ihr zum Beispiel als Hilfe so machen. Und da male ich tatsächlich auch nur in der Lippenmitte über sozusagen. Und hier gehe ich dann sozusagen wieder meine eigene Linie lang. Bei der unteren Lippe zeichne ich nicht bis zum Ende, weil es meine Lippe runterzieht. Das heißt hier, seht ihr, was ich meine? Zeichne ich nur hier ein bisschen in der Mitte und gehe nicht bis hier zum Ende. Damit das Ganze ein bisschen angehobener aussieht, könnt ihr übrigens dort auch noch ein bisschen Baking, wenn ihr Bock habt. Würde dann ungefähr so aussehen, dass das dann so ein kleines Lifting-Effekt hat. Naja, ich glaube, das ist voller Parfüm. Das riecht so gut. Das hätte ich gerne als Parfüm. Lippen sind konturiert. Dann habe ich hier ein Me-Time, auch von Banana. Ich liebe einfach die Bananas. Aber mein absoluter Favorite ist Nana Naked. Den tragen wir alle auch. Und lassen den auch schön trocknen. Was Seda allerdings nicht gemacht hat, sie hat es immer einfach so belassen, könnt ihr im Grunde genommen auch. Aber was ich immer noch gerne on top mache, ist ein Gloss. Das heißt, nachdem es getrocknet ist, habe ich hier irgendeinen Gloss. Das ist der, keine Ahnung, weil es ist schon verblasst, Lipschein von Essence. Schaut einfach, was für eine andere Dimension eure Lippe denn annimmt, wenn ihr noch ein bisschen Gloss on top. Das waren jetzt so kleine Mini-Mini-Tricks, die ich verwende. Habe ich noch einen. Nö, also das ist das, was ich so üblicherweise mache. Ich hoffe, das ein oder andere, der ein oder andere Trick war vielleicht Neuland für dich und du konntest aus diesem Video was mitnehmen. Und zum Schluss könnt ihr das Ganze noch ein bisschen absprayen, wenn ihr möchtet, sodass das Ganze noch fixiert wird. Und dann war es das, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Jetzt kommt meine super Abschlussfloskel, die nervigste dritte Floskel. Und das wäre, chill mit Öl hatten wir, see you alligator hatten wir. Und jetzt kommt, tschüssikowski, bis dann. Bis zum nächsten Mal.